... ... ... Ja, wenn man dann besser schaut, wie gesagt, wenn du das auch schaust, dass das je nachdem 200 bis 300 Meter, sind das die Abstände, was ich habe? Das ist ein Radius, wie weit man eigentlich absperren muss. Hier, die Mengen sind. Das ist eine Äbterung, die Leihäfte.